Wie hast du das drauf geschafft? Hä? 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 Das geht gar nicht. Du musst das... Soll ich es anscheinend geschaut? Nein, ich hab's verpasst. Wo ist der gestoppt? Welche Farbe? Pink. Da sind zwei Leute. Ja, im Pool ist jemand. Ich bin im Pool. Dann bist du der Traitor. Ja. Einen auch. Richtig. Richtig deduziert. Logisch. Alter, wie komm ich denn hier oben ein? Was soll der Schmutz? Wie hilfst du mich? Hä? Ich bin gut. Alter, das kann ich machen. Danke. Bert. Das ist Tobi anscheinend. Nein, nein, ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ja, dann geh weg von mir. Ich dachte, du wärst der Killer. Nein, Tobi ist der Killer. Ja. Ach, hat er dich von da hinten angeschossen oder wie? Nein, der ist auch hier. Was ist der? Nein, nein, der ist nicht hier. Doch. Nein, aber nicht. Geh weg von mir. Natürlich erst hier. Nein. Das ist Bert im Skill. Bert, meine Güte. Nein, das ist Tobi. Alter, ich war die ganze Runde bei Schmutz. Alter, ich war die ganze Runde bei Schmutz. Schieß mich nicht an. Ja, weil der einen gekillt hat. Unten liegt ne Leiche. Safe. Wo seid ihr? Jaul? Hey, nein. Ach so, das ist ne Plattform. Ach so, das ist ne Plattform. Ach so. What the fuck. Clemens, lebst du noch? Hab ihn. Wen hast du? Äh, Juicy. Weiß. Ja, dann ist Paul der andere. Hey. Nein. Stop it. Was ist passiert? Okay, er war's nicht. Lebt noch jemand? Dann ist Fred der andere. Fred ist schon tot. Das weißt du auch ganz genau. Nee. Ah, ich hab ihn sniped. Hä? Von wem? Weiß ich nicht. Etta, ich bin's nicht, Naru. Hä, wer denn sonst? Digga, ich weiß es nicht. Hä? War Paul. Ah. Ah, ich dachte, er war tot. Hä, du warst es nicht? Warte ich da rum an, was stimmt? Es war, es war Paul. Aber hey, wieso war da ein Fass? Nee, natürlich. Wieso was nicht? Ach, er war irgendwie ganz statt das Fass neben mir, oder was? Nee, das war irgendwie nicht. Nein, der ist runtergefallen, aber als Fass. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ich weiß nicht, wieso sollte ich sein? Ich dachte, du bist der Letzte, der am Leben ist. Ich dachte, es gibt keinen. Ja, natürlich. Ich weiß nicht. Ja, Bert war's. Bert war's. Bert war's. Bert war's. Bert hat mich rum gestiftet. Hab dich doch auch gekillt, Dennis. Ja, aber ich dachte, es sind Tobi und Bert. Ja, aber du hast auch angezeigt bekommen, dass ich Traitor bin. Ja, aber ich dachte, es ist Tobi und Bert. Wieso sollte ich das überhaupt gewesen sein? Ich war die ganze Wohnung immer schwarz. Ich hab nichts gemacht. Ich war im Pool. Ich war im Pool. Ja, aber da war auch cool. Oh, dafür schniffst du, Dennis. Oh, sag deinem Leben an dir, Alter. Was ist der Kiff? Na, du bist gestallt. Oh, du Arschgesicht. Oh, ich bin so umdringend. Hä? Ich bin Dennis. Ja. Ja, aber ich bin der falsche Dennis. Nein, du hast die fucking Fässer runtergeschmissen. Ja, in der Unter. Ja. Ja, hier, ich schieß dir auch an. Au, ich schieß dir was. Ich war das nicht. Ich schieß dir mal. Das war von schwarz, glaub ich. Ich war's nicht. Das war von schwarz. Es war eine von den drei. Ich bin's nicht, ich bin's nicht. Nein. Ich bin auf orange geschmissen, gerade. Oh mein Gott, du hast mich fast runtergenockt. Ja, Alter. Geh mal einen Schritt zur Seite. Na, okay, dann mal weg. Nein, 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 nein. Ich muss werfen. Hey! Oh! Oh, Dennis wurde gerade neben mir weggemacht. Mit der Snapper. What the fuck? Was passiert gerade? Guck mal. Okay, Tobi steht mich an. Ich hab Tobi steht an. Ich weiß nicht. Ich hab zwei Innocentre gekillt, glaube ich. Was ist ein Comic? What the fuck? Ich krieg jetzt alle. Die Runde ist voll. Ich muss nicht verteidigen. Also ich glaub, Dennis ist dead. Ich hab zwei Leute mit dem Fass vom Dach genockt. Das ist scary. Also kann ich sagen, dass das zweite Mal nicht extra war, aber... Ich hab ein bisschen noch mal. Du Hure. Den einen hab ich. Bernd zeig dich. Komm mit deiner Möwe. Mach nochmal. Ich hab nur ne Dägel, das ist bisschen unfair. Na komm, ich hab nur ne Soe Rifle. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Baut Freta jetzt auch Traitor? Oder hab ich den jetzt auch noch weggemacht als Inno? Bro, das ist ein fairer Fight. Oh, nice one, nice one. Killing Spree, Alter. Actually nice one. Aber Freta war schon der andere, oder? Pfff. Schwierig. Ja. Erstmal zwei Innos gekillt, nice. Erstmal Kakariko. Na geil, das hat nicht als Kill gezählt für mich. Er hat nicht mal Minuspunkte gekriegt. Und dann kriegst du die V4. Kluese. Ich hab die gute Map? Ja. Ist dir sicher? Es gab zwei Kluedo Maps. Please lass die Wichtiger sein. Ich hab die Kluedo. Ich hab die Kluedo. Ich hab die Kluedo. Ich hab nichts mehr Spaß. Nee, ich hab die Kluedo. Nee, nee, nee. Ah, okay. Ja, I don't know, Mann. Gut, dass du mit zwei anderen Sachen bist. Weiß ich auch nicht. Oh, die ist was. In Dark. Wtf. Nee. Sind die schon drauf? Uh, nice. Check. Takola! Takola! Ich hab noch gar nicht auf dem Server, du. Oh, das ist die. In Dark. In Dark. Okay, lass mal sehen. Ach, das Steam Map in Dark, Alter. In Dark. Oh, das ist Steam Map in Dark. In Dark. Windows Dark Mode, Alter. Ja. Ja, man kennt die. Oh mein Gott. E Slenderman irgendwo. Ja. Ja. Warte, was machen nochmal die Raygun? Macht irgendwie extrem damage. Ja. Ja, die Exmissionsartige. Lass dich am besten 10 Sekunden drauf. Okay, warte. Ja, kill mich mit der Raygun. Ja, nicht dich. Go, go. Warte mal, ich versuch mal. Das ist mein Haus ist schön an Menkraten. Achso. Äh. Äh, was? Tobi? Irgendwer hat doch... Ja, Tobi hat doch geschossen. Dahin. Ich seh's. Genau hier. Mach damit. Wer schießt? Ja. Hö. Dann sieht man den Schuss gar nicht. Wer schießt da? Dauer. Dann laut. Okay, Paul. Das ist ein Enderman. Das sehen wir den nicht. Zum Glück nicht. Das ist der Ding. Irgendwie im Haus. Kein Waffe mehr. Oh mein Gott. Gestorben. Ja. Wenn ihr nicht hier jetzt jemand lebend seht, dann werde ich wohl liegen. Wah, Alter. Der bewegt sich. Alter, in Dark ist die Map viel krasser. Ne? Nicht so. Wenn ich jemanden Leben sehe, den kill ich... Ah, da! Roba! Actually, Roba! Actually, Roba! Ah, Roba ist tot. Jo. Hab ich ihn gemacht? Ich. Das ist der Trailer, nice. Hast du denn... Der Spaget aufgenommen? Ja. Ich hab den gesnagert. Weil du eh draufdrücken musst. Aber ich bin fast tot. Hast du... Ist da auch niemand, oder warum? Weil ich nicht... Oh! Äh! Freddy! Nee, weg! Dennis hat es nicht! Dennis ist nicht Freddy! Ich weiß, weil ich Tinketilis hab. Fred ist es! Ja, Mann. Fried ist es Tobi. Good try. Good effort. Verschießt auf mich! Oh mein Gott, au! Ähm... Fred! Ich bin da weg! Ich bin da weg! Ja, ich hab den weggemacht. Das ist das Bert... Ja, das ist der Tobi, ne? Also... Wo ist Tobi? Wo ist Tobi? Ja, ich bin's. Hey, du hast... Ich bin tot. Ah, hier ist er voll wie Todesvieh. Freddy! Ich möchte, dass Fred mich killt, bitte. Ich bin fast tot. Fred, ich komm zu dir, du kannst mich killen. Warte kurz. Bitte, bitte, bitte. Was ist das? Hier ist irgendein Geräusch. Ja, ich hab so'n Knopf hier gefunden, aber der macht nichts. Fred, ich komm zu dir. Tobi, wieso bist du low? Tobi, wieso bist du low? Ich bin runtergeflawen. Ich glaub ich nicht. Ich hab fünf Leute gekillt. Hm. Glaub ich dir nicht. Gute Krude. Machst du das, Fred? Okay, Tobi, mach's nicht. Fuck. Wer ist es dann? Wer hat es es nicht? Wer ist es dann? Ich hab den vor. Versuch mir das nicht. Ich hab den vor. Dann kannst du noch Skaladet. Ich hab den vor. Oder? Oder ist es Dennis? Kannst du nicht machen, Mann? Ich weiß nicht, wer von den beiden es ist. Ja, okay, dann, okay, warte. Skaladet, komm her, wir fächten's aus. Ja. Ja. Oh, ich hab die Ducksack dran gehört. Ey, was? Da bist du, da bist du. Äh? 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 What the fuck? Du hast mich irgendwann übrigens mit R und nicht mit E. R. No, was hast mich.